Peristhen Plus ist ein transanales Irrigations- oder abgekürzt auch TAI-System, das bei Stuhlinkontinenz oder Verstopfung angewandt wird. Es wurde speziell für Patienten entwickelt, die an Verstopfung oder Stuhlinkontinenz leiden, um ein selbstbestimmtes Darmanagement zu ermöglichen. Peristhen Plus ist eine wirksame, wasserbasierte Methode. Vor der Verwendung müssen die Patienten Rücksprache mit einer medizinischen Fachkraft halten, damit sie von ihr in der Anwendung geschult werden. Mit Peristhen Plus können die Anwender selbst entscheiden, wann und wo sie ihren Darm entleeren. Es unterstützt die Darmentleerung, indem mittels eines Konuskatheters Wasser in den Darm eingespült wird. Dadurch erlangen ihre Patienten die Kontrolle über ihren Darm zurück und können sich um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Arbeit, Schule, Familie und Freunde Bei Beginn der Anwendung des Teilsystems kann es etwas dauern, bis der Darm sich an die neue Behandlungsmethode gewöhnt. Hierfür kann es hilfreich sein, sowohl praktische als auch emotionale Unterstützung zu bekommen. Und genau das bekommen Ihre Patienten mit unserem Programm für Peristhenanwender. Die richtige Unterstützung kann dabei helfen, dass Sie langfristig die Entleerung Ihres Darms steuern können. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020